John und das winzige Feenmädchen Der kleine John sagte immerzu, ich. Ganz gleich seine Mutter den Kuchenaufschnitt oder Pudding auf den Tisch stellte, John sagte nur, ich. Nur wenn er ins Bett sollte, sagte er nie, ich. Denn ins Bett wollte er nicht. Als die Mutter ihn einmal schlafen gelegt hatte, kletterte er aus dem Bettchen, stellte sich ans Fenster und schaute hinaus. Es war dunkel, nur der Mond spendete Licht. Die Vorhänge bewegten sich und im Garten raschelte das Laub. Auf einmal sah der Junge unten bei der Wiese ein kleines Licht und erkannte ein ganz kleines winziges Feenmädchen. Wer bist denn du? fragte John. Ich bin es, antwortete das Elfenmädchen mit zarter Stimme. Und wer bist du? Ich bin es, antwortete John. Das Elfenmädchen klatschte in die Hände. Ich heiße ich und du heißt auch ich. Ist das nicht lustig? John hieß gar nicht ich, aber das verriet er ihr nicht. Willst du mit mir spielen, ich? fragte das Elfenmädchen. Ja, ich, das will ich gern, antwortete John. Das Elfenmädchen fing mit seinen Händen Mondlicht ein und verstreute es im ganzen Zimmer. Es wurden lauter Tiere daraus. Mondkatzen, Mondhunde, Mondpferdchen und sogar Monddrachen, die umherflogen und Feuer spuckten. Das Elfenmädchen und John versuchten, die Mondtiere zu fangen. John hopste herum und trat dabei unachtsam der kleinen Fee auf den Fuß. Sie fing an zu weinen und John wollte sie trösten. Da kam aus dem Garten eine Stimme. Elfenkindchen, warum weinst du? Ich ist mir auf den Fuß getreten, Mami, schluchzte das Feenmädchen. Wer ist hier auf den Fuß getreten? fragte die Elfenmutter. Ich, Mami, weinte das Mädchen noch immer. Hm, wenn du dir selbst auf den Fuß getreten bist, musst du doch nicht weinen, sagte die Mutter streng. Steckte ihre Hände ins Zimmer und nahm das Mädchen mit sich fort. Die Mondtiere verschwanden und John schlief ein. Als am nächsten Abend die Mutter fragte, wer ist müde und möchte schlafen, rief der Junge sofort, ich. Er freute sich auf das kleine Elfenmädchen und so blieb es für alle Zeit. Und dann geht's mit dem Schlafen. Vielen Dank.